Von der Öffentlichkeit bislang unbemerkt soll der Begleittext des umstrittenen Gesetzes zur Bekämpfung von Terrorismus abgeändert werden. Öffentlich geäußerte Kritik an der deutschen Bundesregierung macht Bürger künftig zu Terrorverdächtigen, die jederzeit insgeheim legal überwacht werden dürfen. Unter dem Begriff des Aufstachelns werden im Gegensatz zu bisher künftig auch friedliche Protestformen erfasst und in die Nähe des Terrorismus gerückt. So werden nach dem Wortlaut des Regierungsentwurfs unter dem Begriff des Aufstachelns beispielsweise das bloße Befürworten von Aktionen, Sitzblockaden und kritische journalistische Kommentare mit einer unterstellten einschlägigen geistigen Wirkung erfasst. Befürworten Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für sechs Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst. An wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele andere Überraschungen sind schon auf dem Weg zu dir. Denn du bist Terrorist. Von der Öffentlichkeit bislang unbemerkt soll der Begleittext des umstrittenen Gesetzes zur Bekämpfung von Terrorismus abgeändert werden. Öffentlich geäußerte Kritik an der deutschen Bundesregierung macht Bürger künftig zu Terrorverdächtigen, die jederzeit insgeheim legal überwacht werden dürfen. Unter dem Begriff des Aufstachelns werden im Gegensatz zu bisher künftig auch friedliche Protestformen erfasst und in die Nähe des Terrorismus gerückt. So werden nach dem Wortlaut des Regierungsentwurfs unter dem Begriff des Aufstachelns beispielsweise das bloße Befürworten von Aktionen, Sitzblockaden und kritische journalistische Kommentare mit einer unterstellten einschlägigen geistigen Wirkung erfasst.